Ja, hi, da sind wir mal wieder mit einem etwas anderen Chat. Wir haben heute ein paar mehr Gäste. Bei mir sind der Daniel, die Bartglatze, der Lucifer Morningstar und der Kai, schrägstrich Schabernack. Wir legen einfach los. Ja, und damit herzlich willkommen und moin moin und ich würde die Stimme erst mal meinen Gästen hier überlassen, die heute noch dabei sind. Wer möchte Hallo sagen? Ja, dann fange ich mal an. Hallöchen. Hallöchen. Das war unfassend. Hallo und guten Abend. Sogar mit ein bisschen Hall, das kommt ja fast schon erotisch. Das ist ja genau mein Ding. Und die anderen beiden haben noch gar nichts gesagt. Ah, Lucifer Morningstar sehe ich gerade, ist stumm geschalten. Ja, ich musste mich gerade mal kurz sammeln, weil ich musste ein bisschen lachen, aber Abend an alle. Ist vollkommen in Ordnung, ne? Was wollte ich noch sagen? Genau, durch die Aufnahme seid ihr natürlich dann auf YouTube zu sehen und dadurch, dass ihr hier seid, willigt ihr natürlich ein, dass das Ganze veröffentlicht wird. Wenn das für irgendjemanden natürlich nicht in Ordnung ist, steht es euch frei, dass ihr natürlich auch hier rausgeht. Das ist Grundvoraussetzung, dass die Einlegung gegeben wird. Alle halten Sabbel. Okay, alles klar. Ich gehe davon aus, ihr seid voll dabei. Guti. Und da das heute so ein bisschen eure Show ist, spielen wir heute Steuerragner. Ihr dürft mir ansagen, was ich machen soll. Was haltet ihr davon? Hört sich gut an. Hört sich gut an. Gut, da du der Einzige bist, der redet, äh, darfst du gleich mal ansagen, was machen wir. Verdammt. Verdammt. Was hast du denn so geplant? Hast du was zur Auswahl? Genau, das habe ich geplant. Es gibt hier nichts zur Auswahl, ne? Robotsteuerung. Wie, du hast kein Projekt? Ne, ich habe nie ein Projekt. Ich fange grundsätzlich jede Folge ohne Projekt an. Krass, was? Verdammt. Okay, was hast du denn dann schon alles fertig? Was habe ich schon fertig? Also, ich habe letzte Folge, die ihr noch nicht gesehen habt, die kommt ja jetzt Dienstag. Hier mein kleines Rohrleitsystem angefangen. Ne, der hier führt jetzt einmal ins Zentrallager. Ne, ihr habt da mitbekommen, die Laufwege haben dezent genervt. Ja. Unwesentlich. Unwesentlich, genau. Und ich habe festgestellt, mit meinem Rohrsystem geht das nicht wesentlich schneller. Aber ich kann nebenbei quatschen, kann in die Kamera gucken und also Hack-Mack. Von daher passt das schon. So, ne, sind wir hier schon im Zentrallager. Und wir könnten eigentlich direkt mal gucken, wie weit unsere Modularen, ne, Verkabelungen sind. Vielleicht können wir den Lift anschmeißen. Ich glaube, das reicht sogar. Du brauchst doch, glaube ich, noch einen Rohstoff, oder? Ne, ich glaube, das ist alles. Ich packe mal gerade... Ist das deine erste Tierstufe da in den Lift? Die Dreier oder Vierer? Die Vierer müsste das jetzt sein. Vierer? Ich haue mal gerade hier einen Container hin. Zack. Und entlade mich erstmal. Äh, alles einlagern, wo wir nachher wirklich im Ganzen wieder ab. Ich meine, es müssten die Verkabelungen sein. 100, 200, 300. Dann 300 von diesem modularen Rahmen. 100, 200, 300. Und ich weiß gar nicht, was es noch war. Ich glaube, Motoren? Ne, Motoren waren es nicht. Oh, mal kicken. Ich meine, das wäre ja auch was Cooles für die Folge. Den nächsten Tier freischalten. Passt doch eigentlich ganz gut. Gut. Hier hinten habe ich übrigens noch kein Dingschen gebaut. Deswegen laufe ich einmal so. Aber es sieht doch mittlerweile fast geordnet hier aus, oder was? Zumindest hast du letzte Folge mal deinen Kupfer glatt gezogen. Naja, glatt gezogen. Das ist alles nicht so... Was? Ey, ich habe ein Haustier. Der geht mir ein bisschen auf die Eier, ne? Der rennt ja hier seit Folge 3 oder so rum. Gefühlt. Und meint ständig, mir zwischen die Maschinen zu rennen. Aber gut. Ja. Wie schaut es denn mit deinem Stromnetz aus? Wahrscheinlich auch noch genug, oder? Ja. Gucke mal. Da brauchen wir sogar nur 100 Verkauf. Also genug. Wir haben ein bisschen was. Modulare Rahmen. Da fehlen jetzt noch 200. Und dann waren das hier. Diese durchliegen intelligenten Beschichtungen. Die habe ich doch. Irgendwo. Irgendwo hier vorne sogar. Also Strom ist so lala. Ne? Lucifer Morningstar hatte jetzt schon... Der ist doch weg. Wo ist er denn hin? Der fehlt im Stream. Naja, gut. Ich glaube, er hat mir gerade geschrieben. Wartet mal. Ich gucke da mal einmal rein. Hab kein Headset. Sorry. Tolle Idee. Macht aber erst Sinn, wenn ich mir ein Headset besorgt habe. Ich schreibe hier mal einmal. Er kann trotzdem zugucken. So. Und dann gucken wir mal hier nach den... Das sind die modularen Rahmen. Da haben wir sie doch. 500 waren das, ne? Ja. 200, 300, 400 und 500. Und dann holen wir auch gleich nach die modularen Rahmen. Ich hoffe, davon habe ich schon genug jetzt. Das war Karl-Lukar. Meine Fresse. Ich bin schon wieder richtig stolz auf mich. Da hat er hier um die Ecke springen. Ja. Manchmal bin ich auf mich selbst stolz. Das ist ja unglaublich. Das soll sogar sein. Meine Fresse. Dass du es wegbaust und durchläufst. Na, ey. Das geht hier nach Skill. So. Jetzt haben wir die hier einfach alle in den Altar rein und dann wird das schon reichen. So. Bei meinem Glück und, äh, ja. Bei meinem Können. Äh, darf ich jetzt gleich nochmal rennen, weil es trotzdem noch zu wenig sind. Das haben wir nur 200 gefehlen. Ja, nur 200 gefehlt ist leicht gesagt. Ne? Ich verlasse mich ja normalerweise nicht so blind auf andere Menschen. Ich kann dir ja die Morph Factory empfehlen, ne? Da kannst du ein bisschen schneller fliegen und sowas. Ja. Du weißt genau, dass ich den durchlaufe ohne Mods mache. Ja, ich weiß. Ich sehe das ja bei dir tatsächlich immer auf dem Channel. Ach. Ne, nicht auf dem Channel. Livestream. Ne, nicht auf dem Channel. Oder in der Gruppe meinst du? In der Gruppe. Und das sieht ja alles echt schick aus. Ja, das ist viel Optik, ja. Aber die Herausforderung ist ja so ein bisschen, es cool aussehen zu lassen, ohne da nochmal so ein Extradrink hinzuhämmern. Ja, ich verstehe dich da. Meine ersten zwei Saves waren auch ohne Mods. Und ich war gegen Mods. Aber mittlerweile habe ich das schon durch, weiß. Ich bin ja sonst eigentlich großer Mod-Fan. Finde ich ja eigentlich total cool. Aber nicht, wenn ich es das erste Mal spiele. Und so. Hämmern wir das Ding mal rein. Wupp, wupp. Ab geht's. Ab geht die Eure. Das ist weile ich. Oh, mit der Aussichtsturm. Ich glaube, ich spinne. Ne, der steht hier da auch schon ewig. Der bringt mir nur nichts, weil ich nichts sehe. Hälfte verpasst. Geil. Der ist schon weg. Timing kann ich. Timing kann ich richtig cool. So. Jetzt habe ich hier so lange kein Projekt mehr gemacht in diesem blöden Weltraumlift. Dass ich gar nicht weiß, was jetzt abgeht. Ah. Das wären also die nächsten. Adaptive Steuerung. Modularer Motor. Ist ja auch geil. Und nur ein paar vielseitige Rahmen. Das ist ja nichts, wa? 2.500. Naja, gut. Ja, viel Spaß. Manufakturen. Ja, das wird alles kein Ding. So. Aber, was ihr mir jetzt sagen könnt, das kam ja jetzt als Kommentar unter den letzten. Quarz. Wo finde ich Quarz, verdammte Axt? Äh, scannen. Kollege? Du hast doch einen Scanner. Ja. Wo steht da? Wenn du den noch nicht hast, dann musst du in die Mamm gehen. Geh mal in die Mamm. Geh mal in die Mamm. Mähm heißt das, glaube ich, oder? Mamm. Ja, mein Mamm ist klar. Oh, ich renne da hinten hin. Ich renne jetzt an den Baum. Nee, ich kann nicht. Dann gehst du mal auf den Forschungsbaum. Gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, ob der Quarz heißt. Der wird erst freigeschaltet, wenn du es das erste Mal gefunden hast. Eben. Ne, unbekanntes kristallines Mineral. Da hänge ich schon mal fest, glaube ich. Ja, dann geh doch suchen. Geh doch suchen, ja. Du bist doch im Grünland, oder? Den gehen wir heute wieder erforschen. So, was machen wir denn hier Schönes? Guck mal hier, alternative Rezepte. Oh, der Wanderer 2.0. Ja, quasi. Kommt doch eigentlich gut, oder? Ich halte das für umsinnigsten. Lehrt mich eines Besseren. Ich finde diese Rezepte total affig. Warum soll ich mit einem Manufaktor Kupferbahnen herstellen? Das ist totale Verschwendung. Hier, gleich in Grün. Ja, das kommt drauf an. Du machst ja damit mehr. Schau mal unten drunter, wie viel du da machst. Ja, Loh, mache ich 65 statt 30 in dem Fall. Ja, und brauchst aber weniger Eisnerz, wenn du Wasser zufühlst. Ja, das macht dann vielleicht irgendwann tatsächlich noch Sinn. Ne, aber... Ja, jetzt macht es keinen. Zunächst würde ich das hier tatsächlich sehen. Ich könnte ja immer noch kotzen, dass ich die Dings hier verstrahlt habe, beziehungsweise verloren habe. Das alternative Schraubenrezept. Das fand ich ja echt cool. Das kommt wieder. Das kriegst alle wieder. Ja. Leichter gesagt als getan. Gut, dann gehen wir hier. Lauf mal geradeaus weiter. Da hinten müsste irgendwo so eine kleine Quarz sein zum abbauen. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber Richtung Klippen. Machen wir das mal. Auf dem Weg verkloppen wir ein paar Leute. Das wird super. Ich bin hier eh noch nicht weitergelaufen. Da habe ich eh Bock drauf. Ich schau links von dir, war Schwefel, glaube ich, falls du das noch nicht hast. Ja, ist ja jetzt gerade nicht so wichtig. Hier ist auf jeden Fall Kalkstein. Dann habe ich da... Ja, doch, Schwarzpul war da ja schon. Eben. Ah, okay. Stimmt. Einen Sprengstoff hätte ich gleich mal fertig machen können, die Produktionsreihe. Ah, eine gelbe Snagge. Deswegen wollte ich hier noch hin. Haha. Warte mal. Dann kommen wir bestimmt auch gleich wieder Viecher aus. Ja. Gibt aufs Maul. Aber ganz fett. So. Ach ja. Wenn man alle Sachen zu Hause lässt, kann man gar nichts bauen. Super schlau. Löppt bei mir. Ach ja. Bist du ein bisschen nervös? Wieso? Nee, gar nicht. Ich bin einfach verstrahlt. Das ist alles. Ach so, okay. Warst du schon bei der Uran, oder? Okay. Und meine Frau rennt ja halbnackt an mir vorbei. Natürlich bin ich nervös. Wie das so ist. Kennt ihr den? Den kennt ihr schon, oder? Den hatte ich angefangen in der letzten, vorletzten? Ich weiß es gar nicht. Den könnten wir vielleicht auch noch fertig machen heute. Also im Wanderer war er kein Bestandteil. Nee, aber ich glaube in der Folge davor schon, als wir die Kabel gemacht haben. Ich meine, da habe ich den angefangen hochzuziehen. Das war auf jeden Fall nicht offline. Oh, Laufwege. Und jetzt habe ich tatsächlich nicht meine blöde Pipeline hier benutzt. Habe ich sie extra gebaut und bin straight dran vorbeigerannt. Gewohnheitstier. Ganz schlimm. Das geht kaum schlimmer. Das nervt mich, ne? Alter. Wie kann man denn bitte sowas als Schatten präsentieren? Das ist ultimativ hässlich, aber okay. Da rege ich mich, glaube ich, in der nächsten Folge, die jetzt kommt, richte ich der drüber auf. Bau ein Dach drüber. Das siehst du dann immer. Gar nicht doof. Könnte man mal. Ach, Mann, komm. So, den Scheiß weg, den Scheiß weg, den Scheiß weg. Ich will hier alles dabei haben. Das bleibt da. Das kommt hier hin. So viel Modulagerrahmen brauche ich nicht. Ich habe vorhin zum Kai schon gesagt, mich hat es eh gewundert, dass du noch keine Festplatten gesehen hast. Außer heute in der Folge, wo du gleich mal abgestürzt bist. Ja. Fand ich schön. Heute in der Folge ist immer relativ. Die habe ich aufgenommen, keine Ahnung, vor einer Woche oder so. Ja, das ist schon klar. So, das lagere ich bei Zeit mal wieder richtig ein. Aber unterwegs brauche ich Beton. Nur Stahlbeton wäre cooler. Ja, eigentlich hatte ich noch was Cooles mit euch geplant. Mit einem coolen Intro. Und sowas. Aber OBS hat gesagt, nö. Ich übertrage euch den Sound nicht. Ihr könnt euch mal. Ihr könnt nicht mal. Und so ist das leider auch ausgefallen. Ja, es macht nichts. Dafür hast du uns jetzt zu 100%. Ja, da hatte ich auch so. Ah. Ah. Scheiße. Wieso habe ich hier keinen Weg nach draußen? Warum habe ich das gebaut? Wegen dem Giftgas. Ja, das mit Sicherheit. Aber warum habe ich hier dann nicht einen Weg nach draußen gebaut? Was ja mal irre Sinn gemacht hätte. Jetzt komme ich hier auch nicht raus. Ich habe hier eine Scheiße zusammengebaut. Meine Fresse. Das war glaube ich noch in den, so die ersten Folgen, wo du das hingezimmert hast, oder? Naja, ersten Folgen? Nee. Ja. Nee. Guck mal, das hier ist ja schon ein bisschen älter jetzt. Äh, noch nicht so älter jetzt. So. Aber jetzt können wir auf jeden Fall dann rumhoch zu schnecken und erfinden. Vielleicht unterwegs auch mal Quarz. Da drin leuchtet es gelb und grün. Das ist... Meine Skills waren auch schon mal besser. Warum steht hier alles still? Achso, weil ich zu viel habe. Macht Sinn. So, dann marschieren wir doch einfach hier ran. Was haltet ihr eigentlich davon? Ich finde hier diese Zuführanlage total cool. Die gefällt mir optisch so richtig klasse. Ja, schaut schick aus. Sitzten, finde ich ja ganz nett. So, Giftgas. Ja, fehlt noch ein schönes Dach. Ein schönes Dach? Du meinst über den Miner oder was? Nee, da wo die Wände stehen, wo du im Endeffekt deine Belze reinführst. Ist da kein Dach drauf? Doch, da ist so eins. Flachdach. Nee, so optisch so ein bisschen, ne? Was dann nach vorne überstehen. Achso, ja, das können wir noch machen. Da gebe ich dir ganz recht. So, aufs Maul. Wo seid ihr? Da haben wir dich doch schon. Oh, der ist ein bisschen größer, sehe ich gerade. Hupala. Ja, der macht Aua. Ja, ich habe an der letzten... Was ist das denn für eine Nummer? Ja, aber am letzten Mal hast du schön die Spinnen dich drüber gefreut über die Großen. Ja, obwohl ich die großen Rotzekotzviecher viel mieser fand. Oh, der hat irgendwie ein anderes Bewegungsmuster. War jetzt auch nicht so beeindruckend, Keule. Hm, naja. Wart mal, wenn er dich rammt. Ich habe natürlich keinen Platz mehr momentan, ne? Schön. Vorbereitet wie kein Zweiter. So. Irgendwer muss übrigens für mich auf die Uhr gucken, weil ich mein ganzes Interface bei OBS ausgestellt hatte. Ja, du hast noch Zeit. Also, wenn wir die 21 Uhr nehmen, wo du angepeilt hast, ne, dann wären wir jetzt schon fast an der Grenze, aber... Nee, eine Stunde. Das hier ist ja ein bisschen lame. Was soll das denn? Da hinten geht... Ist das da hinten nur... Todeszone. Ist ins Bild gemalt, ja. Ja, nee, du kannst da schon hin, da bis zu die Bäume, dann fängt die Todeszone an. Okay. Und du musst hier mal ein bisschen in die Ecken reinschauen. Irgendwo flattert hier ein bisschen Quarz. Ja, ich sehe... Wenn nicht, ich weiß zwar, wo die Node ist, aber die ist am Arsch der Welt, von dir aus gesehen. Ja, super. Ey! Arschkrampe, ey. Komm ran hier. Nur ein... Wie heißen die eigentlich? Reaver? Nur ein toter Reaver ist ein guter Reaver. Jetzt heißen sie Reaver. So. Hier soll Quarz sein. Ist gar nichts. Ja, irgendwo. Ja, irgendwo ist ja... Ne, erst spoilern und dann auch nicht mal richtig machen. Das sind mir die richtigen, ey. Ja, wie gesagt, ich weiß, wo die Node ist, aber... So. Das versteckt sich immer in die Ecken. Ja. Gibt es hier an die noch mehr Kohle? Äh, dreh dich mal weg nach links. Moment. Dass ich sehe, ob du... Moment, ich muss jetzt mal gucken, ob mir hier noch einer an... Mich hier anpacken will. So. Oh. Wo kommt ihr her? Ja, offensichtlich schon. Ach, komm her. Ah, der obligatorische eine Treffer, den du immer einsteckst. Ja. Naja, nicht immer. Komm, ein paar Mal habe ich es geschafft ohne. Dann haben wir die auch gleich welche. Ach, dass sie sich immer so ätzend aufteilen müssen. Wo seid ihr? Da haben wir einen. Ha. Na? Da ist er ja. Hör auf hier rum zu... Komm ran hier. Geht doch. Meine Fresse. Wenn wir hier noch auf den Sack gehen wollen, oder was? Ah, was haben wir hier? Ne, das ist doch hier, genau. Katerium. Ne, Katerium. Davon habe ich mehr als genug. Weiß ich gar nicht, was ich hier mal anfangen soll. Der haben wir Kalkstein. Das wirst du nachher noch brauchen. Ja, mit Sicherheit. Aber erstmal habe ich da ja so eine Übermengen von. Ich weiß gar nicht, wohin damit. So. Kiep mir mal. Aber euch ist schon klar, dass ihr das alles nochmal auf YouTube gucken müsst. Damit ich da meine Klickzahlen halte. Sonst geht das alles den Bach runter. Wir machen alle Daumen runter. Ja, das ist kein Problem. Das ist dem Algorithmus tatsächlich total egal. Verdammt. Hauptsache es sind Reaktionen da. Auch ein scheiß Post ist dem Algorithmus wurscht. Hauptsache da passiert was. Und die Watchtime stimmt. Ne, deswegen sind so tote Reihen, die ich habe, sind auch eigentlich echt zum Kotzen. Ich habe ja hier nebenbei noch Strippen. Geil. Noch Stranded Deep gespielt gehabt. Und da hatte ich irgendwie eine durchschnittliche Watchtime von zwei Minuten bei einer halben Stunde Video. Und das wurde mir so weggekillt. Und mir sind da zwischenzeitlich so die Zahlen eingebrochen. Dass ich das tatsächlich einstellen musste. Ach komm, ich wollte gerade schon... He 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 he. Wichser. Piss dich bloß, ey. So. Dann haben wir noch so ein Flattervieh. Wow. Ah, da ging es runter. Da will ich gleich nochmal runterspringen. Aber ich will das Bärchen hier haben. Oh, was ist das? Nochmal Caterium. Das ist ja gut zu wissen. Aber hier war doch gerade noch ein Himbärchen. Da ist es. Zack. Aber dafür brauchst du diesmal Sprengstoff, ne? Ja, das ist ja nicht so schlimm. Das haben wir ja bald. Aufpassen, Schlucht. Ja, sieht man gar nicht. Wo? Da habe ich noch nichts interessantes gefunden da unten, ehrlich gesagt. Achso, bist schon mal runter, ja? Ja, es gibt ja Mots, ne? Das ist so, dass es da ist. Stimmt. Das nochmal Kupfer ist auch gut zu wissen. Gar nicht mehr so vor Augen gehabt. So kann ich hier noch irgendwo hin. Wenn nicht, mache ich mich hier im Weg. Nur dem Monat mir doch ein Weg. Ach komm. Ja, mein... Das, was wir am besten kann, von der Mende bauen. So. Kommen wir da hoch? Achso, da ist nur so ein Work-in-Progress-Sphären-Teil. Weißt du einer, wann da was kommen soll? Wann die nicht mehr... Ah, nichts bekannt. Ich glaube, das wissen wir selber noch nicht. Wir wissen, wir wollen was machen. Wir wissen nur nicht, wann und was. Ne, storymäßig sollen die ja irgendwie angebunden werden, ne? War es nicht so, ich bin ja noch mal richtig schön viel Eisen. 4-0 ist egal. Hier haben wir auch nochmal, aber... Was ist das? Aber ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auf die Wände achten. Eisen. Ich will das ja mittlerweile irgendwie ohne Spring mal hinkriegen. Oh, da ist noch ein Steckchen. Doch, nehmen wir doch mit. Na. Ah! Ah! Komm mal hier, hier. Äh, die packen wir mal rüber. Dann haben wir auch Platz für ein Steckchen. Zack. So, gut. Gucken wir doch mal ein bisschen auf die Wände. Das ist ein Busch. Achso. Danke. Sagt mir der Typ aus dem anderen Ende des Landes, weißt du? Ich wohne in Mecklenburg. Hier gibt es nichts außer Baum und Busch. Ich kenne mich da aus. Pling. So, da waren wir schon mal. Da kommt unser Katerium her. Aber hier unten sind wir noch nicht so viel lang gelaufen, glaube ich. Das ist wie der Kalkstein. Da ist eine Absturzstelle. Oh, wie gut. Da müssen wir hin. Zack. Scheiß auf Quarz. So schnell kann es gehen. Ich renne doch hier lang. Und baue mir da einfach eine Rampe hoch. Außerdem war hier doch irgendwie ein Weg zwischen lang, oder? Na, Werder, was bist du? Na, komm. Komm, 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 komm. Zack. Ah. Immer der gleiche Scheiß mit den Viechern, ey. Direkt noch eins. Na, komm, komm, komm. Aber es ist schon... Oh, ura. Nett. Wundere mich, dass du keine Strahlungsanzeige gekriegt hast. Kam doch gerade. Hast du dich gesehen? Nee. War ganz kurz da. Ach, komm. Ey, manchmal, ne? So. Was haben wir denn hier? Machen wir mal einfach vorsichtig. So. Platine. Bisschen Stahlbeton. Hm. Hm, hm, hm. Mehr Platinen. Die Platinen können ich nachher aber auch mal herstellen, oder? Oder kann man die nur finden? Nee, nee. Kannst du herstellen. Okay. Ja, läuft. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Ja, wie ich sie jetzt nochmal im Inventar finden würde. Da sind sie. Achso, brauche ich gar nicht. Das ist ja easy. So. Was schmeißen wir denn da weg? Neun Stahl. Braucht kein Mensch. Nö. Die neuen Stahl. Ich heile mich gerne mal. Ab und zu. Also manchmal sterbe ich auch einfach, aber manchmal heile ich mich. So. Den kriegen wir doch mal bei der. Das war ja easy peasy. Oh, da ist noch ein Schneckchen. Oh, Markus ist leichter blinkbar. Ach, kacke. Fuck, noch eins. Ich habe nur mein Schneckchen gesehen. Was ist das denn? Spucker. Glaube ich. Oh, nein. Nein, ein großer. Obola. Da hast du deinen Treffer, Daniel. Kann man ja mal machen. Ich würde ihn so gerne mit der Kettensäge präparieren, ne? Ich mache mir aus deinem Scheißfeld eine Jacke, du Penner. Komm her. Nummer eins. Jetzt hau er nicht ab. Ey. Wenn du mit dem fertig bist, schau da mal an die Felsen. Ja, ich versuche aber erstmal mit ihm Freundschaft zu schließen. Also er umabt sich schon ganz dolle. Ja, der hat mich lieb, das merke ich auch. Der hat halt so leicht anderes Angriffsmuster als die kleinen Viechern. Alter, jetzt macht er mich aber nackig hier. Das ging beim letzten Bestand. Oh, oh, oh. Hufwoller. Oh, was ein knappes Ding, ey. So. Gut, dass ich die Pilze überhalten habe, wa? Ach, komm schon, ey. Was ist denn hier jetzt los? Na, geht doch. Fick schlitten, ey. So. So, wehe, du platzt da hinten jetzt. Gibt's auch für Rübel. So, hier an der Wand gucken, meinst du, ja? Da allgemein an die Wände. Wenn, dann versteckt sich das so an die Wände, mach. Ja, ich mach jetzt mal die hier weg. Die machen wir nicht nervös. Natürlich hier in der Gegend gerade richtig mies von der Färbung her. Ja. Das ist so Lida-mäßig, ja? Ja. Ah, Bug. Geil. Manchmal mag ich Bugs. Wenn du die Dinger übrigens stehen lässt, ne? Dann tauchen die nicht wieder auf. Ach so. Falls man das möchte. Ja, ich mag ja Herausforderungen. Ja, ja, ich sag's ja noch. Ja. Nee, ist ein guter Hinweis tatsächlich. Aber ich bin ja nicht klug. Ich bin ja dumm und mach das weiter so, wie ich's gelernt habe. Das würde ja voraussetzen sonst, dass ich dazulerne. Ah, was ist denn da? Ah, natürlich nicht. Aber wenn wir doch heute Steuerrag nachspielen, dann könnten wir doch eigentlich mal ein Abstecher in den Lila-Wald machen. Oh, viele Spinnen. Aber jetzt nimm doch nicht schon die Pointe vorweg. Ja, an denen habe ich ja so riesen Spaß gehabt. Verdeckt was. Ja, von ganz vielen Abarten von großen Spinnen. Okay. Also ich würde in die Sümpfe gehen. Da ist es friedlich. Ja, genau. Ich seh schon, ihr wollt mir nur das Beste. Ich mag euch. Ja, in die Sümpfe, da quälst dir garantiert. Ein Haufen Rohstoffe, ein Haufen Festplatten. Ganz wenig Gegner. Also das sind echt wenige. Ganz wenige. Da sind vielleicht drei Spucker oder so drin. Ja, und auch nur die ganz Starken wahrscheinlich. Ja, ich glaube ein Plasma-Spucker ist da dabei. Ein Plasma-Spucker? Ist das der, den ich in den letzten Folge hatte? Ja, der blaue. Ja, gut. Der mit dem blauen. Da finde ich den anderen schlimmer, der nochmal so einen Orb absetzt und den mit Feuerbällen nach einem kotzt. Ja. Den ich fast... Ist das... Das ist doch was da, oder? Also da vorne ist auf jeden Fall Kohle, glaube ich, wenn das die Pfütze ist. Ich weiß es jetzt genau. So. Na, komm her, Johnny. Wieso hält der jetzt drei Schläge aus? Ist der bescheuert, oder was? Komm ran. So. Zack, ist gut. Also ich finde es ja echt schön, diese Schnecken zu sammeln, ne? Aber ich habe noch nicht eine benutzt. Ja, wirst du noch brauchen. Muss ich hier echt drüber schwimmen? Der schwimmt ja unglaublich langsam. Also im Wasser ist kein Quarz, ne? Ne, aber da hinten liegt was. Hier ist ein Frack. Ja. Eine Abstoßstelle. Wunderschön. Mehr Festplatten sind mehr gut. Viel hilft viel. Jetzt kotzt doch nicht gleich ins Mikrofon, das muss doch nicht sein. Ah. Bin gestorben. Das glaube ich nicht. Dafür bist du einfach... Ein Leben weniger von den sieben. Dafür atmest du einfach viel zu laut. Wie das? Hä? Ach, drei... Ne, vier Stahlbeton. Achso. Ja, Power-Orend. Strom. 20 Megawatt. Ach komm. Stell doch ein Bio hin. Ja. Du hast doch genug Bio eingesammelt. Hab ich doch vor. Ich habe Bio eingesammelt? Ich glaube, ich habe gar kein Bio dabei. Natürlich, die Panzer, die kannst du ja auch verbrennen. Achso, ja. War da nicht auch irgendwo Holz gerade? Ja, ich habe auch gepressten im Inventar für die Kettensäge. Was hast du denn für ein Auftrag? Sag mal. Ach komm. Ich gehe mal davon aus, die Engine sieht nicht vor, dass sie schwimmen können, oder? Der ist gerade einfach ertrunken. Ja, deswegen wackelt er mit dem Schwanz. Mache ich auch immer. Wenn du ertrinkst. Wenn ich ertrinkke. Ich wackele immer mit dem Schwanz. Und mit dem ganzen Körper. Es ist nicht witzig. Ich bin schon ein paar Mal fast ertrunken. Ja. Ich leide tatsächlich unter Panikattacken, wenn ich mit dem Kopf unter Wasser komme. Das ist kein schönes Erlebnis. Glaube ich. Genau. Schwimmstufe Balei-Ente fügt meine Frau gerade noch hinzu. Nicht weit, aber tief. Tief. So. So. Zack. Und noch eins. Es haben ja über viele, viele Folgen viele, viele Leute gefordert, dass ich mal Festplatten sammle gehe. Und das macht ja fast ein bisschen süchtig, ne? Das ist ein Geocaching. Ja, ja, willst du auch keine liegen lassen, denn? Also ich hab mal so 5, 6, wollte ich mal sammeln, dass ich einfach was hab, wo ich erforschen kann. Und, äh, da hab ich dann den ganzen Samstag damit verbracht. Ja. So schnell kann man. Ich hab einfach nimmer aufgehört, ne? Ja. Da will ich mir noch. Achso, nee. Ich wollte grad sagen, da kommt doch schon wieder eine. So, was haben wir denn hier noch? Parama mir noch. Aber ist alles voll bei mir. So, jetzt hab ich immer noch kein Quarz gefunden. Und mein Inventar ist immer noch voll. Hör. So, gibt's hier irgendwo eine Wand? Meine Fresse, die hört auch nicht auf, ne? Also mal, halten die irgendwie hier mehr aus? Kann das sein? Nö. Ich hab denen doch grad auch schon wieder 3 mitgegeben. Achso, vielleicht, weil du nicht mehr im Startgebiet bist. Oh, den haben den Sound ja endlich wieder runtergedreht. Ich hab mich ja das eine Mal bei dem einen Update gefreut. Oh, geil. Die Kettensäge geht mal nicht mehr so auf den Keks. Dann gingen sie mir nach dem nächsten Update wieder auf den Keks. Und jetzt ist sie tatsächlich, äh, angenehm leise. Spucker zu deiner Rechten. Ja. Oh, der spuckt noch ein bisschen. Oh, das ist ein Großer, oder? Ja, das ist der Große. Na, dann versuchen wir uns mal daran, wenn ich einen Findel. Davon ist auch wieder eine Schnecke, ne? Da ist er. Oh, das war's schon? Ja, mich wundert's eigentlich, dass du noch lebst. Wieso? Ja, komm. Traust du mir gar nichts zu? Ich kann Fundamente bauen. Ich kann Fundamente bauen. Das ist nur so ein rundes Ding. Ach so. So, jemand sagte Schnecke. Ja, mit mühe nach links heiße. Gerade zu. Oh, pick, 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 pick. So, noch immer kein Quarz. Er zog los, um Quarz zu hoch und kam mit Schnecken auf Festplattengehäusen wieder. Ja, aber ein bisschen muss man schon mit dir schimpfen. Du guckst ja nicht. Ich weiß nicht, ich stolper immer über solche Quarzdinger, ne? Ja, weißt du ja, wie's ist. Wenn man sucht, findet man nix. Ja, ich weiß. Geh mal mehr Richtung Torbogen. Ja, jetzt bin ich hier gleich bei der Kohle, wenn ich hier weitergehe. Ja. Ach, warst du da unten schon? Ja, da kommt auch meine Kohle her. Ah ja, stimmt, stimmt, ja. Die hatte ich doch... Da war kein Quarz? Ich hab da, glaube ich, nicht intensiv genug geguckt. Wir gehen da einfach mal hin. Nee, die hatte ich doch hier angeschlossen, bevor mir das Savegame abgefuckt ist. Ja, stimmt, da war mal was, ne? Genau, und dann hab ich das Savegame wieder aufgebaut und hab natürlich auch hier hinten mein... Ach, scheiße, jetzt bin ich falsch schon gelaufen. Und hab auch die Kohle wieder angeschlossen, natürlich. Die wollte ich ja nicht missen. Also, wenn's jetzt noch weiter in die Richtung läufst, da oben ist ja schon der rote Wald, ne? Ja, ja. Ja. Ja, ihr wolltet mich ja sterben sehen. War das nicht irgendwie so? Nein. Nein! Wie komm ich da rauf? Das ist ja... Wumbug, Tinnis. Schockschwere Not. Mumpitz. Mumpitz ist auch schön, ja. Danke für den Einfluss. Ja, war sehr schön. Ich mag die alten deutschen Würde. Firlefanz. Firlefanz ist auch schön, ja. Und I could go Fox Devils Wild. Guck an die Wände, guck an die Wände. Ja, Maestro. Guck an die Wände. Meine Mutter ist weniger penetrant. Oh, eine Hüte. Ja, dann viel Spaß mit den Spinnen. Ja, ich bin... Was sagst doch nicht. Nein, das war auch nicht... Komm, du hast mir die Pochante schon mit dem Wald versaut. Dann darf ich jetzt auch. Sind meine blöden Pilze voll? Scheiß drauf. 50 muss jetzt mal reichen. Ja, von wegen Spinnen. Nicht eine fucking Spinne hier drin. Nur so ein scheiß Fähenteil. Vielleicht brauche ich mir die Spinnen. Weißt du, erst Hoffnung wecken und dann... ...wird das hier so elendig enttäuscht. Ist für YouTube natürlich auch super geil. ...halbe Stunde Wand angucken. Läuft richtig gut. Was... Was ist das denn? Ja, aber so ist halt die Quarzsuche, ne? Also ich bin mir fast sicher, dass es beim letzten Mal nicht hier war. Das kann sein, dass sie spawnen. Okay. Nach einem Update oder sowas. Habe ich irgendwo in der Gruppe gelesen. Gibt es mit mehreren Sachen. Okay. Das wäre nett. So. Was kriege ich? Kalkstein. Super. Wir werden hier Quarzvorkommen versprochen. Ich stolper immer nur über Kalkstein. Aber auch die ganze Zeit. Ich kann keinen Kalkstein mehr sehen. Die gehen mir generell nur auf den Sack. Überall stehen diese scheiß Dinger rum. Die baust du ab und schmeißt du wieder weg. Ich meine, wer hat sich das denn ausgedacht? Vielleicht Kalkstein will feiner Rügen. Äh, wer? Wo? Da. Ha. Ein ohne Treffer. Uh, hier sind drei. Das ist heftig. Zwei ohne Treffer. Na komm, den Hattrick schaffst du. Ne. Ne, doch. Ja. Drei ohne Treffer. Geht's. Der schrieb bei Counter-Strike and Ace. Ach, Counter-Strike. Wer spielt das denn noch? Na, ich. Das ist so 2002. Na ja. Mach's rein. Ich bin ja auch schon alt. Wie bitte? Rechts. Alles gut. Selber rechts. Ja, da. Was? Da. Du bist voll drüber gestolpert. Das ist Kupfer. Ja, schon. Aber trotzdem bist du drüber gestolpert. Über Kupfer. Überzeugt ihr mit Kupfer. Ich will ja keinen Kupfer haben. Warn. Alles gut. Alles gut. Die Stimme aus dem Off war kurz da. Wand. Wand. Wand, Wand, Wand. Ne. Dem trau ich ja richtig hier. Die machen nichts. Die beißen nur. Der beißen ist nicht schlimm. Wenn es ein bisschen zärtlich ist und ein paar Worte wie ich liebe dich kommen. So. Gibt es dann, die haben die Squads bei dir ausgestellt oder so? Wahrscheinlich. Ja. Ach guck mal, der geht schon wieder schwimmen. Das finde ich gut. Das ist schon scheiße, wenn der Arsch gleich im Wasser hängt, ne? Komm. Scheiße. Das rennt doch nicht weg. Alter, wir können Freunde werden. Komm. Ich will nur ein bisschen kuscheln. Mit meinem Dreierknüppel voran. So. Und trotzdem ein bisschen nirgends Quads. Siehst du, ist schon wieder Kalkstein. Also irgendwie, ich weiß nicht. Hast du sicher nicht eine Mod hier? Quads to Kalk oder so? Ja. Die hat der Daniel mir so ganz unauffällig auf den Rechner geschmissen. Ja. Ne, jetzt weiß ich auch, warum er mir seinen komischen Firmenspeicher andrehen wollte. Ne, der wollte nur auf mein System rauf. Ich finde es echt voll komisch. Auch im Grünland, ne? Da bin ich immer über Quads gestolpert. Wo ist der denn? So. Meins. Ja, ne. Arschlecken. Aber volle Möhre. Ehrchenpanzer. Ich habe auch noch nie irgendwo Not gesehen oder sowas. Was sind wir da? Ja, die Not ist hier, ne? Die ist echt am Arsch der Welt. Das ist doch auch schon wieder Quads. Ne, ist auch. Kannst du aber eine Wüste suchen. Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Was ist das da oben? Da leuchtet es so durch. Ja, das ist Sonne, würde ich mal sagen. Ach, Sonne am Arsch. Ja, sowas gibt es da auch. Hm. Hm, 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 hm. Die blöde Sphäre. Ah, ne, es war an hier. So eine Schuppenflechte. Wow. Alter. Komm ran. Komm, 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 komm. Komm, komm. Komm, tschüss. Nisch mit mir. So laufe ich jetzt. Wo ist der jetzt vor und wo ist zurück? Kacke. Ah, hier ist vor. Okay. Lohnt es sich eigentlich, die Teile aufzusammeln? Ich glaube nicht. Ja, ich habe ja mal eine Zeit lang, aber mittlerweile lasse ich sie stehen. Ja, also selbst wenn sie irgendwann eingeführt werden, haben die ja wahrscheinlich so ein bisschen Story-Relevanz. Ja. Und dann macht es ja schon fast Sinn, dass man Story-Technik noch mal ein bisschen durch die Gegend rennt, oder? Oh, was haben wir denn hier? Höhle? Ja, nein, vielleicht. Ah, schaut netter nach aus. Hier hätte ihr Quarz gehen können. Hätte. Hier planen die Entwickler ein DLC. Das sieht genau danach aus. Schaut so aus, ne? Aber wir sprechen mal noch nicht von DLCs. Wir können froh sein, wenn das Spiel irgendwann mal da ist. Das sieht ja auch nett aus. So. Ähm. Was? Schäm dich. Komisch, hier in Folge. Ne, ich glaube, der hat mich einmal getroffen. Wand, Wand, Wand. Oh, ja. Ach, komm. Ach, komm. Ich könnte auch mal die Pilze fressen, dann kann ich wieder welche aufsammeln. Ich bin so glück. K-L-U-K. Meine Fresse ist das Finster hier. Oh, oh, meine violette Schnecke. Oh, und... Oh. Richtig fieser Ficker. Na, komm ran mal. Schön auf engen Raum. Das ist ja genau mein Ding. Das ist so, dir mal. Geh schön in den Arsch. Jetzt komm noch her. Ja, der läuft schon ins Gas. Ja. Nix wird's geben. So. Gib her deinen Scheiß. Behalt halt deinen Panzer. So. Wo war denn jetzt die violette Schnecke? Wir gehen hier mal nochmal hoch. Und komm ich da ohne Gasmaske hin? Ja, das sollte doch was werden, oder? Das war schwierig. Ja, aber wenn er von hier baut, geht's. Ich wollte grad sagen, ich hab ja noch genug Pilze. Fünf Minuten Angst und dann geht das ab hier. So. Ne, von wegen, wenn er von hier baut, am Arsch. Ha. Zack. Ach, komm. Ich spiel ja nebenbei noch 7 days. Und, äh, da ist das mit dem Bauen ja genau andersrum. Wir bauen mal erstmal weiter. Was bringt denn jetzt rechts? Oben ist nämlich noch so ein blödes Ding, was Gas ausstößt. Zeig dir der Fall gerade so an. Ja, das wird schon. Ja, ja, ich geh ja schon. Ich geh ja schon, ich geh ja schon. Ich will die blöde Schnecke jetzt haben. So. Hast du die schon erforscht? Nö. Tatsächlich nicht. Freunde, die brauchen Liebe. Die braucht tatsächlich jemand Liebe. Warum hättest du das sparen können? Fuck, 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 fuck. Hund grad schlecht, grad schlecht. Alter, nein, nein, nein. Jetzt nicht. Bleib stehen, bleib stehen. Mit zurück, mit zurück. Ach, komm. Nein, quatsch nicht. Ich, ich, ich lebe. Ich lebe. So. Komm her. Was ist los? Ne? Hier, darf ich vorstellen? Lilu Minai, Le Katariba, Chai Ekbat de Sabat. Der dicke Hund. Hä? Ist das hallo? Ja, moin. Das bitte nochmal übersetzt. Multipass. Ah, da haben wir einen Keller. Ja, Multipass, ganz genau. Charakter, fünftes Element. Jetzt komm mir nicht mit, du hast den Film noch nie gesehen. Doch, doch. Multipass. So, probieren wir das nochmal. Ach ne, ich habe ja gerade festgestellt, ich habe hier Hund. Ernsthaft? Nein, 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 nein 98 oder so. Ja, jetzt schaffe ich das. So. So. Danke. Vielen lieben Dank. Das habe ich gebraucht. Schau mal, ob da unten Quarz liegt. Die Fresse. Aber an den Wänden. Weißt du? An den Wänden. Menschen wie dich. Ja. Ja, ja. Können wir hier nicht besonders gut leiden. So. Darf ich mobben? Ja, mob. Mob. Mob die Leute. Da ich hier nur fertig gemacht werde und nur auf den Arsch kriege. Die ganze Zeit. Na klar, dass sie dich mobben. Was ist denn was? Schwefel. Schwefel. Ich hoffe, ihr habt das noch gehört. Ich brauche das. Ich sehe das ja anders. Ich sehe das ja anders. Ich sehe immer noch nichts. Oh, ich bin fast tot. Ja, jetzt. Der Hund will jetzt übrigens nicht mehr mich nerven. Jetzt hat er sich gesagt, er geht in den Garten und nervt den Rest der Stadt. Ist auch gut, oder? Ja. Oh. Schick? Da unten ist auf jeden Fall Öl. Schicki, schick. Das gefällt mir. Ja, du bist schon im Ölgebiet da hinten. An den Strand. Da gibt es einen Haufen Inseln und so. Brauchst du nicht runter bauen, kannst du auch links laufen, glaube ich. Ich mag es hier. Dann möchtest du das Plattform bauen. Ah, Mann. Der findet doch nie mehr den Weg hierher. Ich finde ihn nie wieder weg. Das ist viel schlimmer. Oh, da ist ein schöner Bogen. Oh, der ist näher, als ich dachte. So. Ja, natürlich, wenn du da stirbst, dann hast du ja auf deinem Kompass die Kiste, ne? Dann findest du da auch wieder hin. Da fliegt er. Wo sie hin? Ne? Ach komm. So, äh, ich höre eine Schnecke. Schnecke. Und, zack. So. Ich bleib aber bei Wänden. Wand, wand. Ja, da komm ich runter. Ja, sprich. Ja, ich kann mich ganz sicher fallen lassen. Wenn du Anlauf nimmst, kannst du ins Wasser springen. Ja, ganz bestimmt. Du könntest dich aber hinbauen und ins Wasser plupseln lassen. Mit Jetpack. Dann schaff ich das bestimmt. Ja, weil da unten ist noch eine Schnecke. Ja, und Frack sind da auch. Ja, ich seh das. Stimmt, da ist ein Wrack. Ich muss da runter. Ja, da ist auch noch eins an der Insel, glaub ich, war das. Ich muss da runter. Das ist ja der Shit. Hast du doch keinen Fallschirm erforscht? Äh, doch. Ne, erforscht noch nicht. Ich hab dieses synthetische irgendwas noch nicht. Ja, ja. Da brauchst du Mycelium dazu. Ja, das weiß ich. Das hab ich gesehen. Also, das weißt du schon alles, aber Quarz hast du noch nicht. Wie du siehst, gibt's in meinem Spiel kein Quarz. Oder hast du hier auch nur einen Fizzen? Haberkalkstein. Ja, meine Fresse. Bin schon wieder in meinem Stuhl zusammengesackt. Man sieht mich schon wieder nicht in der Facecam. Ah, hier komm ich runter. Guck mal. Aber ich wundere jetzt echt, dass du noch nicht auf Quarz gestoßen bist. Ja. Aber das kann auch ein quarzfreies Gebiet hier sein. Ja, alles. Die ganze Map ist ein quarzfreies Gebiet. Vorsicht. Erzähl kein Quarz. Das übernehme ich. Nein, das übernehme ich. Siehste. These boots are made for walking. And this is what they do. Das war's mit Klickzahlen. Immer wenn ich gesungen habe, egal welchem Stream, es ging immer bergab. Was jetzt, Nettie? Was willst du mir schon wieder in die Nase rein? Uran. Vorsicht. Ihr könnt das nicht sehen, aber ich halte das in die Kamera. Das ist ein... Natürlich sehen wir das. Die Kamera läuft doch. Wir sehen alles. Wir haben auch deine Frau halb nackt gesehen. Ja. Nein, habt ihr nicht. Ich weiß, was ihr gesehen habt und was nicht. Stimmt. Du weißt ja nichts von den anderen Kameras. Ja, deswegen sind wir ja so ruhig. Ich habe die Wände hier höchstpersönlich gebaut. Ich wüsste, wenn da Kameras wären. Ich bin technophob. Lauf mal hier ein wenig um die Felsen dann vielleicht. Darf ich erst mal diese Blubfliege hier entbluben? Ja, ja. Ja. Und jetzt kommst du mir schon wieder mit Felsen. Ich wollte jetzt hier erst mal die Absturzstellen. Nein, nicht auf den Felsen. Tada. Das ist ja das Gute an mir, dass ich immer so viel Müll nehme. Zumindest für den Scheiß hat man ja alles da. Also wenn du gerade ausguckst an dem Bogen, ist er auf jeden Fall Öl. Falls du mal Öl suchst. Das ist... Wissenswert, möchte ich sagen. Ich glaube, das ist sogar die Nähe vom Grünland. Na, du kannst noch zu dem einen Wald hintergehen. Oh, fuck. Der bei den großen Bogen ist. Da hinten ist so ein lilaner Wald. Da gibt es auch Öl. Nimm es mir nicht übel, aber Öl und Feuer sind gerade zwei Sachen, die... Ha, vollidiot. Scheiße, ich spuck trotzdem. Alter, du. Ernsthaft? Komm, Putt-Putt. Vielleicht solltest du das nächste Mal, wenn du erkunden gehst, die Beacons mitnehmen. Ja. Wie? Einfach so? Das ist ja nett. Ich habe mich sowieso schon gefragt, was man mit denen anfangen soll. Mit diesen blöden Beacons. Platine. Oh, ich bin voll. Den hingegen hätte ich ganz gern. Die braucht noch auch relativ viel zum Bauen, oder? Ja. Auf jeden Fall für die Erforschung später auch. Super. Steckte Eisenplatten, sind wir dann auch voll. Sehr schön. Und zum Fracksöffnen im Proxy auch. Ist ja auch schön zum Bauen, ne? Ja. Das ist ja massig platziert. Da hinten habe ich übrigens meine Turbokraftanlage gesetzt. Ah. Warum war der nicht tot? Na komm, komm. Spuck du. Asi, komm her. Die, 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 my darling. So. Ich gucke an Wänden und sehe kein Quarz. Darf ich das anfügen? Ja, du hast ja gerade mal eine Sekunde hingeguckt. Weißt du bloß, weil du nie Aufmerksamkeitsspanne an der Fliege hast, ne? Ja, Quarz, Quarz, Quarz. Ja. Äh, äh, äh. Hier vor dir. Ja, ich seh's. Das ist nicht, ne? Ich seh's. Du hast Quarz im Spiel. Das, das ist gelogen. Jetzt haben euch diese... So. Ja, komm. Genau, einfach mal die lila Schnecke wegwerfen. Echt jetzt? Ja, hast du dich gesehen? Ey, siehsache, du hast die Aufmerksamkeitsspanne von der Fliege. Ja, so, jetzt darf ich nur noch zurückfinden. Ach, das liegt daran, dass ich mein, äh, Discord so klein hab, deswegen hab ich nix gesehen. Weil dein Monitor so groß ist, oder was? Ja. Ja, was ist eigentlich mit Monitorkauf? Wir haben doch hier noch... Ja, hallo, jetzt hab ich erstmal genug gekauft, oder? Dank dir. Dank... Dank... Ja, hör ich immer wieder, dass ich da schuld dran bin. Ja. Ich bin ja, ich bin ja immer noch der Meinung, äh, oder, dass wir da ne Abmachung haben, ne? Äh, Monitor, den ich dir geschickt hab, auch so geil ist, dann stellst du mir einen zweiten davon hin. Ah, okay. Der Adapter hat mir nämlich so ne nette Einkaufsliste geschickt. Per Messenger. Dein Rechner? Ja, ja. Ich hab ein Upgrade gemacht. Ein kleineres. Jo. Ja, liegen nur zwei, drei Welten zwischen. Ich meine... Ja, das letzte Mal war vor fünf Jahren. Ja. Da, da ist ja das Ding, da hast du auch noch ne alte gekauft. Also das war ja auch nicht die... Nein, 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 nein. Die beste Zipp... Ja, aber das war ja auch nicht das Beste, was man zu dem Zeitpunkt hätte kriegen können. Das stimmt allerdings. Ne? Da gab's ja schon den Skylake. Den du hättest haben können. Äh, wenn du da langläufst... Wenn du am Strand entlangläufst, kommst du wahrscheinlich eher zurück. Sicherer zurück, sagen wir mal so. Ja, und vor allem komm ich irgendwo lange, was ich noch nicht kenne. Ich nehme diesen Vorschlag an. Ja, du kommst da an die Wasserfälle jetzt da. Links... Okay. Links geht's zum Grünland. Ja. Okay. Wo ich die Inseln ja auch ganz schön finde. Was sagt eigentlich die... Ja. ...Zeit? Ja, du hast noch zehn Minuten. Oh. Da kommen wir vielleicht sogar noch zurück. Mit genauso viel Festplatten wie beim letzten Mal. Das ist ja super. Vielleicht findest du ja noch eine unterwegs. Das wäre die Wucht in Typen. Ähm, auf der Insel ist, glaube ich, auch noch ein Wrack, ja. Aber da ist auch viel Gift. Ich weiß nicht genau, ob's da drüben war oder rechts. Wann kriegt man eigentlich diese dusseligen Gasmasken? Na, sag mal Zeit. Ähm, mit dem zweiten Mal oder dritten Mal, wo es den Lifter raufhaust. Die letzten Stufen, ist das... Okay. ...sechser oder sieben. Ne, das ist... Da bist du schon bei den Jodfiltern. Und dann Gasmaske kriegst du, glaube ich, schon eher bei vier oder fünf. Ah, okay. So, ach, der Schreiehör ist auch wieder da. Da oben kommt auf jeden Fall auch ein Wrack. Okay. Das gönne ich mir. Wir mussten ja nur über die halbe Map rennen. Du warst noch nicht einmal auf der Viertel-Map. Ach, erzähl mir doch noch. Erzähl mir doch nichts. Dir glauben, das ist ja... ...schon der erste Fehler hier im Spiel. Glaube. Und auf dem Weg dahinten... Wie groß ist denn 32 Hektar oder so, ne? Och, keine Ahnung. Riesig. Das ist ordentlich. Also für Handmade finde ich das ja immer wieder impressive, ne? Warte, dreh dich mal nicht so schnell. Schau mal auf den Berg rechts oben. Ich hab mich grad gar nicht gedreht. Weil irgendwo da oben müsste noch ein Wrack aufgehen. Das ist auf jeden Fall mal eine gelbe Schnecke. Erstmal ist hier ein toter Irgendwas. So. Gelbe Schnecke. Weiter rechts. Weiter rechts. Da oben. Da oben. Und wenn du da oben bist, siehst du bestimmt auch das Wrack. Zipp. Bodenzustell. Was willst du mir denn erzählen? Ach, Mann. Scheiß Seven Days. Ist da nicht zu glauben, ey. Zack. Wenn er die Map in den Kalkulator reinhaut, ne? Dann siehst du überall Foundations rumfliegen auf der Map. Ja, ist doch gut. Ja, aber dann weiß ich wenigstens, dass ich da schon war. Ja. Das ist doch erstmal gar nicht verkehrt. Deswegen hab ich das ja beim letzten Mal tatsächlich auch stehen lassen. Damit ich nicht nochmal zu irgendwelchen Wracks renne. Nur weil ich mal wieder meine, mich verlaufen zu müssen. So. Wrack. Stell dich mal auf, das Ding, dass du ein wenig höher kommst. Ach, nein. Ich seh das da. Ne, ne, das war schon auch so an Bergspitze hier, wo du grad draufstehst. Zipp. Ach komm. Zipp, zipp. Ich sehe genau gar nichts. Rechts. Ah, da. Da ist Wasser, Junge. Todeszone. Ja, Wasser. Wir haben eine echt schöne Todeszone, muss man echt sagen. Ja, ich war da hinten mal. Du kannst da, ein ganzes Stück kannst du da drauf. Aber irgendwann ist gut. Kann ich da runterfallen? Tod. Nein. Ach. Eine Stunde Quatschum sonst gesucht. So schnell. Bitter, bitter, bitter. Oh, da leuchtet was zwischendurch. Grün. Oh, das war mutig. Und ein bisschen dumm. Das war tollkühn. Nehmen wir es so. Du hast ja die Sprungstelzen. Ja, die sind voll geil. Klar, die sind nicht so cool wie Jetpacks, aber mit denen haben wir echt Spaß. Jetzt gehen wir doch nicht auf die Ketten hier. Ja, genau den fand ich scheiße. Mit seinen dicken, fetten Feuerbällen. War das nicht genau sogar der oder einer derart, die du in der ersten Folge getroffen hast? Ja, genau. Der da in der Mitte von diesem komischen Kreisding da rumrennt. Von diesem Krater. Ja, wo der ganze Kalkstein noch ist. Ja, genau. Da habe ich mich seitdem nicht mehr hingetraut. Oh, da ist noch ein Schneckchen. Zack. Zack. Ich fände es ja noch ganz cool, wenn man hier vor diesen Körperleisten noch ein paar mehr kriegen würde. Aber irgendwie bleibt es dabei ein. Ja, es gibt MK2, ne? Was? Stelzen? Ja. Echt? Ist aber ne Mod. Achso, ja. Also gibt es die nicht? Nein, nein. Ja, doch. Naja, nee. Das ist so, als würde ich sagen, es gibt das Flummidum, aber nur bei Flabber. Weißt du, also... So, wahrscheinlich auf dem Rückweg finde ich jetzt kurz hinter meiner Basis Quarz. Ja, das wäre sehr witzig. Und würde ins Bild passen, auf jeden Fall. Ja, 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 passt zu meinem Kanal, ne? Weg, weg. Wo ist nochmal drei? Da. Dass die Viecher immer von mir abhauen. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Besser auf so ein paar von ihren Kumpels platt. Und dann scheißen sie sich ein. Keine Ahnung, wo die angehen. Aber ich kann dich beruhigen. Du musst noch mehr Quarz suchen zum Freischalten dann. Ja, super. Danke. Das ist ja erfreulich. Kann ich da schwimmen? Bestimmt, oder? Woo! Nein, kann ich nicht. Gott. Das war mal unterirdisch schlecht. Naja, jetzt weißt du es. Ich bin vorher wesentlich größer stecken runtergefallen. Und da war das überhaupt kein Ding. Aber wenn ich die Strecke in Wasser reinfalle, dann ist böse, böse. Oh, 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 oh. Ja, gut, dass mich der Baum ein paar Mal abgefangen hat. Das habe ich gemessen, aber eisig halt. Hier habe ich schon alles weggepflückt. Ich bin zu Hause. Wunderbar. Ach, Grünland. Sicherheit. Schön. Wieder eine Folge nix gebaut. Ah, da wirst du noch mehrere Folgen haben. Aber es ist alles wieder schön grün. Schau mal, Quarz. Halt die Fresse. Hier an den Felsen ist Quarz 100 Pro. Das ist Kohle. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Verdammt. Du hast bestimmt von Dations drüber gebaut. Ja, ja. Aber der hat bestimmt von Dations drüber gebaut. Ich weiß, dass im Grünland Quarz war. Also keine Node, aber so kleine. Oh, Autosave. Durchatmen. Huuuuh. Mensch. Ja, dann hast du deine Stunde jetzt schon ziemlich voll, ne? Ja. Ja, ein bisschen Luft ist noch. Ja, das ist ja eine Special-Folge mit Gast und so. Achso, meinst du, da kann man länger machen, ja? Ja, ja. Ja, ja. Nur ein ganz klein bisschen. Wir sind zu vier, dazu musst du das auch mal vier sehen. Ja, mindestens. Ja, das Schlimme ist, ich will mich ja auch länger reden hören. Das hatten wir heute erst. Stimmt's, Kai? Ja, hatten wir heute. Mit dem selber reden hören und so. Ja, ich kann das super gut. Was machst du da jetzt? Geh in die Mamm. Das regt dich jetzt auf? Boah, ich baue das Ding hier jetzt erst fertig. Ich schwöre es dir. Ist ja geil. Zack, zack. Sag noch, weil er ein paar Wände hingezimmert. Ja. Ohne Wände geht dir gar nichts. Du suchst eine Stunde Quarz, ja? Und zimmerst dann die Wände hin. Ja, ja, ja. Und weißt du warum? Weil ich's kann. Einfach nur, weil ich's kann. Und so ein bisschen, um dich zu ärgern. Ach, du kannst mich nicht ärgern. Das ist nö, was mich noch nicht in den Hohen vorliegt. Du kannst mich nicht ärgern. Ah, da muss viel passieren. Ja, sowas Naives hab ich lange nicht mehr gehört. Aber dickes Polster. Ich hab lauter intelligente Kollegen, weiß. Deswegen dickes Polster aufgebaut. Ja, ja. Dickes Polster aufgebaut. So, jetzt denk nochmal drüber nach, mit wem ich so arbeite. Ist das denn pädagogisch wertvoll hier? Ich bin immer pädagogisch wertvoll. Ja, und gleich nöht mich meine Frau wieder an von wegen, äh, da ist schon wieder seine Pädagogenstimme. Wie oft ich mir das schon anhören durfte. So. Quarz. Unbekanntes, kristallines Dreckszeug. Oh mein Gott. Glückwunsch. Hey, hat fast gar nicht lange gedauert. So, geh Quarz suchen. Jetzt mach ich nochmal mehr Quarz, ist ja super. So, finished. Kieselsäule. Ja, die sind noch nicht so wichtig. Die kann ich doch wahrscheinlich aus dem Quarz-Oszillator, der ist wichtig. Der Quarz-Oszillator? Ja, da kannst ja auch die Karte freischalten. Ah, ja, da hab ich Bock drauf. Aber da brauchst du jetzt erstmal mehr Quarz, weil ich mehr Quarz, ja. Soll ich dir mal ungefähr zeigen, wo die, wo die Node ist? Nee, nee, nee. Aber wenn wir das jetzt noch können, dann machen wir das jetzt noch. Weil wenn ich eh los muss, um das nächste hier zu machen, kann ich das auch erstmal gleich. Aber ich müsste das doch jetzt eh scannen können. Ja. Wo Quarz. Und jetzt kommt's, 200 Meter weg. Nee, nee, 2000, glaub ich. Ja, ist schon. Der Ping braucht schon eine Weile. Eine ganze Weile. Meine Fresse. Na, 1300. Und das geht ja noch. Das geht aber. Ja. Ne, welchen andere Richtung hätte ich länger gebraucht? Oh, scheiße. Jetzt geh ich da hin, wo ich gar nicht hin will. Ups. Ich find's übrigens irre cool, wenn man in diesen Röhren noch so Abzweigungen bauen könnte, indem man einfach mit WASD wählt, während man zwischen zwei so Teilstücken ist. Ich weiß nicht, warum da noch... Oh, oh. Es kam spät. Ich weiß nicht, warum da bisher noch keiner drauf gekommen ist, das so zu machen. Weil diese Halpertubes könnte man eigentlich voll cool nutzen dann. Und müsste nicht so wie ich hier vier Ein- und Ausgänge bauen. Ich mein, wie affig ist das denn? Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Schwupp. Oh, das mit dem Turbodraht. Ich glaub, das machen wir heute noch. Turbodraht weg. So. Zack. Machen wir dies. Äh, was bräuchte ich denn für diesen Awesome-Schredder? Alles dabei. Wunderbar. Dann dämmen wir diese Flut von Materialien hier erstmal ein. Das ist ja unerträglich. Und diese Kiste da oben, die muss auch dringend weg. So. Ich glaub, den hatte ich hier, ne? Hatte ich den hier? Ja. So, was ist denn hier? Eisenplan. So. Ich nehme das mal weg. Hau'n hier einmal einen Splitter neben. Und dann kann sich die Hälfte davon nämlich direkt verabschieden. Zack. Äh, hattest du das nicht letzte Folge schon gemacht? Was denn? Mit dem Turbodraht. Was mit dem Turbodraht? Den in den Schredder zu verschubsen. Ja, aber nur die Hälfte irgendwie. Warum passt das jetzt hier nicht rein? Ich glaub, deine Raumhöhe. Das kannst du... Ja, das dürfte es sein. Jetzt bin ich ja direkt angefressen. Ich glaub, ich hab irgendwann mal erwähnt, dass du großzügig bauen sollst. Ich baue großzügig, nur nicht hoch. So ungefähr Folge 30 oder sowas war das? Oder 32? Mach ich das? Ja, du wirst eh mehr als den einen Schredder hier haben. Ja, ich mach das. So, und dann machen wir nämlich einfach... Quatsch von der Mende. Wendel. Ziehen wir einmal... Nee, da kommt eine Tür. Oh, ich verrecke. Oh, der war ganz eklig. Der kann fangen ganz tief. Hilfe. Alter. Ich leb fast noch. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. In Ordnung. Schön, dass ihr das voll nehmt. Was? Was? Die sind ja auch beidseitig gleich. Ist ja auch schön. So, und dann machen wir hier nämlich die Fenster ran. Um das so ein bisschen optisch abzuheben. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Dann habe ich doch noch ein bisschen gebaut, die Folge. Dann geht es mir gleich viel besser. So. Das ist immer noch zu flach. Alter. Wie hoch ist denn das Teil? Nee, das ist zu viel Kuddelmuddel dann. Dann machen wir einmal dicht. So. Das Ding ist ja mal echt groß. Meine Fresse. So, mehr geht jetzt aber nicht. Der ist immer noch größer, oder? Oh, f*** die Henne. Vielleicht klappt's. Aber dann guck die Antenne da durch. Ich sieh's schon. Guck mal, guck mal. Boah, wie assi. Scheiße, wie assi. Ja, ist halt ein Open-Air-Schredder. Nee, das geht gar nicht. Das fällt auswiegend jetzt nicht. Den scheiß weg. Daniel, der Typ ist übrigens der Shit gewesen, ne? Was denn? Na, hier mit dem... Äh... Steuerung drücken. Genau. Das ist ja... Ach so. Das spart ja so unglaublich viel Zeit. Ach Gott, das ist ja schon wieder so alt, dass ich gar nicht gewusst hab, von was du jetzt redest. Ah, du hast das Band markiert. Ja, das wäre fast schief gegangen. Du kannst die Steuerungstaste zwischendurch übrigens loslassen, ne? Ja, das weiß ich auch, oder? Ich kann jedes einzelne anwählen und dann immer nochmal Steuerung drücken. Ah, das ist ja auch cool. Ja, das hilft auch. Danke. So, jetzt müssen wir da aber erstmal irgendwie hoch. Du kannst auch das Tutorial nochmal spielen, äh, damit du weißt, wie das Spiel funktioniert. Nee, Tutorials überspringe ich ja immer großzügig. Es war ein Spaß. Ach, jetzt kommst du mit Spesen. Jetzt, wo es hier fast vorbei ist, weißt du? Weißt du, was auch hilfreich ist? Manchmal die Tasten belegen, um zu lesen. Ja. Könnt ihr mal machen. Kann man auch lassen. Boah, das sieht aber scheiße aus. Ja, finde ich auch voll scheiße. Das sieht echt derbe scheiße aus. Passt das da rüber, das Band? Soweit passt es noch rüber. Dann probieren wir doch erstmal, da eine Decke rein zu flitzen. Das ist doch die gleiche Höhe wie eben, oder was? Bin ich da jetzt? Quatsch. Wand kann ich da auch gerade mehr hinbauen, das ist doch scheiße. Tja, more Factory wäre jetzt cool, ne? Ja. Da gibt es nämlich die Kollision nicht. Ah, okay. Was denkst du, wie man so komplexe Sachen bauen kann? Da muss man ein bisschen tricksen beim Bauen. Ja, I just don't care. Ja. Ich mach jetzt einfach hier. Und so. Und dann passt hoffentlich endlich mein scheiß Dach. Ich will nicht die gleiche Höhe haben. Das würde mich voll nerven. Nicht genug Freifahrung. Das ist der Schredder. Meine Fresse. Watten, Oschi. Das ist ja unerträglich. Wahnsinn, jetzt hast du genau auf die Fabrikhöhe. Bitte? Jetzt hast du echt die Fabrikhöhe, ne? Wenn du noch einen draufsetzt. Ja, ja, eben. Das will ich ja gerade nicht. Du könntest aber ganz oben mit zwei dünnen Foundations anfangen und dann die dritte setzen und die zwei oberen wieder wegnehmen. Dann hast du zwei Foundations tiefer. Das könnte passen, ja. Aber haut dann nicht mehr mit deiner Wände hin, ne? Nee, das... Da musst du dann auch tricksen beim Bauen. Nee, warte mal. Das passt ja wieder. Das ist okay, damit kann ich leben. Da ziehe ich nachher was rum oder dann sieht das okay aus. Ja, jetzt setz mal ne Wand oben drauf. Ne volle Wand. Wieso soll ich denn da ne Wand draufsetzen? Mach einfach mal. Du hast doch da einen Spalt drin. Genau. Setz drauf. Und jetzt setz eine drunter. Unten angebrockt. Ach so. Ja, genau da. Ja, das ging ja. Drück drauf und jetzt löscht die obere weg. Ja, ja. Das geht. Ja, das ist gut. Damit kann ich leben. Das war eine gute Idee. So nehmen wir das. Ich schick dir ja Rechnung. Paypal und so. Ich hab kein Paypal. So einen neumodischen Quatsch mach ich nicht mit. Ich hab auch nicht mal e-banking. Nee, das ist mein Ernst. Hab ich echt nicht. Ja, glaub ich dir. Ich hab's auch nicht. Meine Frau hat's recht. Pff. Ja. Also, ich lach ohne Grund. Meine auch. Oh, wo ging der hin? Da. Okay. So. Jetzt muss da aber trotzdem so ein Ding hin. Hier gibt ja alles nichts. Ach, da musst du ja aber wieder von unten nach oben bauen. Ja. Erst. Weil du hast ja jetzt keine volle Höhe, ne? Ja, ja. Das ist aber gar nicht so schlimm. Ja, das ist der Nachteil bei der Bauweise, aber... Nö, find ich gar nicht so schlimm. Ja, man kann da ein bisschen Lücken füllen und tricksen mit sowas. Jo. Irgendwo, genau, bei diesem Rundbau hab ich ja nichts anderes gemacht. Das war ja das gleiche. Ja, ja. So. Eisenplatten hab ich noch. Auch nicht mehr so viel, aber dafür reicht's hoffentlich. Dafür reicht's hoffentlich. Das ist jetzt ein ganz schöner Kollaus-Batzen-Ding, der da sitzt. Das gefällt mir nicht. Also, du musst da auf jeden Fall einen Livestream machen. Ja, wenn du beim Öl bist. Da muss ich unbedingt dabei sein. Ja, das wiederholtest du jetzt schon öfter. Ja. Das wird der Brecher. So. Was machst du jetzt? Ich mach mir das wieder hübsch. Das hat mir so nicht gefallen. Zu wenig Bewegung. Der kommt jetzt hier ein Stückchen rüber. Zack. Und dann mach ich das gleiche nochmal. Hm. Zack. Nee, das ist ja mal scheiße. Jetzt kommt hier eine zentrale Tür hin. Weil das sonst hier mit der Kante abschließt und das ist irre monoton. Und das war wieder mal falsch rum. Ey, das ist immer so ums... Das war auch schon wieder... Alter. Alter. Wie ich es hasse. So. Na, aber wenn du hier einfach nur so eine vier gegen Klötze hast, sieht das einfach irre beschissen aus. Da hab ich keinen Bock drauf. Ja. Das will doch auch kein Mensch sehen. Und jetzt... Die fliegenden Kisten find ich sehr toll. Ja. Ja. Wenn die Kollision hätten, ne, dann könnt ihr schon drüber laufen. Ja. So rum funktioniert es nicht. Ne. Da hast du die Wand im Ding drückt. Ja. Ich hab mir gedacht, versuch es wert. Wenn ich es so oben ransetze. Äh, geht auch nicht, weil dann die Wand, äh, ins Loch runter geht. Genau. Aber das ist was, womit ich leben kann. Echt jetzt? Das kommt ganz hoch. Naja, gut, siehst du ja eh. Achso, ne, du hast ja gar nicht die... Komm, ich muss mal gucken, wie hoch der Turbodraht ist. Eventuell, ja. Also auch dafür gibt's ne Mod, wo du solche Durchlässe bauen kannst. Ja. Du meinst Conveyor Holes? Ja, genau. Ja, das ist auch alles super cool. Ohne Frage. Ja, das Lustige ist, für alle Probleme, was du jetzt hast, ne, gibt's eine Mod. Ja. Ohne Frage. Das ist halt das, ne, weil sonst würde die gar nicht existieren. Andersrum. Ja, aber warum das jetzt, ah, zu flach, geht das wieder los. Puh, ich kann die auch da hinsetzen, ne? Passt das nicht auch? Ne, passt nicht. Ja, lässt sich super abschätzen. Tief, tief, tief. Na, ja, hast ja recht, hast ja recht, hast ja recht. Aber so viel war's jetzt auch wieder nicht. Tief, tief, tief. Die Stimme war gemeint. Tief. Kommt das hin von der Höhe? Ja, ne? Ja. Ja, natürlich. Passt, ja, natürlich. Oh Gott, sieht da scheiße aus, tut mir leid. Oh, hör auf, sag nicht, sonst baut er es wieder um. Das baut er wahrscheinlich, ich sehe noch nicht, wie bei der Turbo-Draht kommt. Zack, ein Viewer weniger hat er jetzt davon. Kannst du es halt nicht allen recht machen, wie es halt so ist. Hm, Moment. Jetzt sehe ich immer noch nichts. Also ich bin ja eh immer noch der Meinung, dass viel zu eng gebaut wird. Ne, 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 ne. Das geht nicht. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Du kannst ja jetzt Banden einen Ticken tiefer setzen. Ja, also ich sehe jetzt schon, komm, wir machen heute zwei Stunden voll. Ja, das wäre ja auch nicht, das wäre ja auch nicht das erste Mal. So ist ja nicht. Wir hatten überhaupt so einen Schwachsinn gesagt, unter einer Stunde zu bleiben. Das geht doch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wer das war. Weiß ich nicht mehr. Das ist satisfactory. Da ist eine Stunde nichts. Das, das stimmt allerdings. Das ist sehr wahr. Wie regle ich das? Also wenn du eine Reihe tiefer baust, das fürs Band, dann kannst du oben wieder eine volle Reihe setzen und dann das Dach wieder schließen. Ne, dann müsste ich zwei runtergehen, damit ich hier vernünftig hochgehen kann. Warum willst du da zwei runter? Wohl, warte mal. Und jetzt eine volle obendrauf. Ja, ja, das ist schon klar. Dann nehme ich hier hinten, obwohl da kann ich doch einfach... Warum bin ich da eigentlich so hoch? Ja, du kannst doch den auch weiter runter machen, in der rechts. Ich wollte gerade sagen, ich kann den ja einfach flacher machen. Warum ist der so ultra hoch? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum sind da so viele Leitern noch dran? Das war schon mal nix. Immer die gleiche Scheiße, ey. Ja, aber das geht, glaube ich, jedem so. Das passt auch nicht. Das ist viel zu hoch. Nur zweimal ausfahren. Was? Du kannst ja auch eine Hilfsbrücke machen. Ja, klar. Das könnte ich machen, ja. Ne, immer noch zu hoch. Das ist wieder ein zurück. Das war der Hall. Das mit der Hilfsbrücke ist eine gute Idee. So. Oder auch nicht. Ja, so. Aber so müsste passen, ne? Ah, jetzt ist eins zu tief. Ne. Ja. Ne, ne. Na klar, bist du blind? Das Band läuft schief. Schief. Geh doch mal die Leiter hoch, da kannst du doch gucken. Ja, aber die Höhe müsste passen. Was sag ich? Tatsache. Ey, wir sind blind. Weil ich so ein geiler Typ bin. Meine Güte. Aber eigentlich hätte ich da ja lieber so ein Doppeltor, ne? Aber das ist halt scheiße, weil denn eins nicht belegt ist. Das nervt mich halt auch. Aber dann wäre das Band zumindest gerade. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist mit Kiste drin. Mit, mit Kiste drin. Es wäre aber nicht das erste Loch, wo nicht gestopft wird. Also in den Spiel. Das ist mit Kiste drin. Wohlwahr. Ja, einfach. Ja, einfach. Ja. Ja, einfach. Ist ja FSK 18 Entschädtel, oder? Ja. Jetzt offensichtlich schon. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Wollen wir das so machen? Äh, wo haben wir die? Hier haben wir die. Dann da einfach. Zip. Wieder an die Wand rangehen, wie es vorher auch war. Und dann einfach da rüber. Das tut es doch auch. Aber schief ist es trotzdem. Ja. Schief ist es trotzdem, weil das Förderband zu lange ist. Weil das hier zu lange ist. Also das da. Ja, ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Aber wie kann es vorher gerade gewesen sein? Das hat schon seltsam, ne? War das vorher gerade? Es wird gar nicht gerade gewesen sein. Das ist noch kein aufgefallen. Das kann sein. Dann bleibt das jetzt erstmal so. Denn ich will hier langsam zum Ende kommen. Sonst spiele ich nämlich noch drei Stunden. Das möchte ich nicht. Ähm. Jetzt sitzt der Fahrstuhl natürlich so scheiße. Zack. Zack. Boah. Auf Anhieb. Meine Güte. Dass ich das noch erleben darf. Das wäre irre gut. So. Jetzt wird es auch schon wieder doosier hier im Spiel. Mit den Scheinwerfer an? Ne. So. Daniel, dein Einsatz. Mit dem Licht? Ja. Auch dafür gibt es eine Mock. Auch dafür gibt es eine Mock. Ja. Permanent Day. Ne. Ich habe eher ein richtiger Lichter gedacht. Walschraum gebaut. Walschraum gebaut. Du musst am Oberseil ansetzen. Ja. Jujujo. Dafür gibt es keine Mock. Das muss man einfach. Ne. Es gibt doch nicht der Mock. Ja. Also Lampen Mock. Aber die soll Bucky sein. Habe ich gehört. Die habe ich noch nie installiert. Also es gibt auch Mock, wo ich noch nicht benutzt habe. Nur mal so zur Info. Die ich noch nicht benutzt habe. Ja. Nicht wo, ja, das ist keine Ortsangabe. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt unten ansetzen. Lass mich die du erstmal wegreißen. Also da bin übrigens ich wahnsinnig geworden, wo du in irgendeinem Video, ich weiß noch mal, welches das war, das alles einzeln gelöscht hast. Ja, kann ich verstehen. Ne, was meinst du, wie wahnsinnig ich geworden bin. Also es ist jetzt nicht die geilste Beschäftigung, hier irgendwelche Plattformen oder Finamente löschen. So. Jetzt bin ich damit immer noch nicht voll zufrieden, aber das ist okay. Ich habe noch mehr fliegende Kisten. Super. So, und wenn wir jetzt schon mal soweit sind, dann schließen wir dieses Scheißding wenigstens noch an. Und dann ist hier Feierabend. Und ich bin schon wieder so in mich zusammengesunken. Ihr müsst da mal drauf achten. Auf die Facecam in meinen Folgen. Das können wir ja sehr gut sehen. Ne, ne, jetzt gerade nicht, aber na, ach scheiße, komm. Jetzt passt er andersrum nicht rein. Dann ist hier. Könnte gut sein. Ja. Ach komm. Oh, ich werd hier wahnsinnig. Das heißt, ich reiß jetzt hier wieder alles ab, um dann alles weiter nach da zu versetzen. Und wieso hab ich hier eigentlich hoch, runter, hoch, runter? Achso, weil da... Achso, okay. Warum setzt du den nicht so, wie er eben war und greifst hier vorne ab? Könnte ich auch machen. Aber warum geht es da echt runter und wieder hoch? Oder geht er was durch die Mauer? Weil ich ursprünglich da oben was weg schlabbern wollte, aber ich hab das dann da hinten rüber gesetzt. Und weiter geht's. Weil ich so schön bin, so schlau, bin so rank und schlank. So. Das geht jetzt zum Glück ein bisschen fixer. Oder auch nicht, wenn... Aber dieses... Schön wieder in die gleiche Reihe gesetzt, ne? Nee, diese Wände drehen sich einfach immer. Und das ist so irre nervig. Nee, weil ja nicht beide Seiten von dieser Wand gleich sind. Aus irgendeinem Grund auch immer. Baust du nicht mit Mittelmaustaste? Nee. Oh, der Nächste. Oder bist das immer du gewesen, wo das geschrieben hat? Nee, ich hab das noch nie geschrieben. Okay, das wurde mir auch schon so oft gesagt, aber bei mir funktioniert das nicht. Mit der Mittelmaustaste. Doch, das funktioniert. Du musst nur den Bauschon anhaben. Dann funktioniert's. Ah, okay. Das ist der Trick. So, jetzt machen wir da einmal... So hin. Und dann kommt das von hier. So müsste es sein. Zack. Zack. Wahnsinn, der Schredder kriegt Futter. Ach, der hat noch keinen Strom. Der Strom braucht doch er auch. Ja, das ist ja nicht das Problem. Daran soll es am Ende nicht habern. Aber der muss noch ein bisschen rüber. Er muss noch ein bisschen rüber. Ähm. Versuche... Na. So. Und. So. Ach komm. Ach komm. Das ist so alles nicht wahr. Bau doch so Bandhalter rum. Kannst doch schön um die Kurve. Nein. Nein. War zwar sinnvoll, aber nein. Einfach nein. Kannst nicht mal gehen. Nein. 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 Der steht jetzt genauso, wie er vorhin gestanden war. Ja. Ja, 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 ja. Klugscheißer mag keiner. Ja. Also außer ich. Nein, außer mich magst du nicht. Ich mag mich. Ja, habe ich festgestellt. Ich habe eine Kollegin tatsächlich. Ach, jetzt passt einfach nicht genau. Wenn ich jetzt wieder einen rübergehe, ist er wieder da, wo er eben war. Ja, du musst nur Bandhalterung hochbauen. Ja, ich baue halt eine Bandhalterung hoch. Bandhalterung. Die Füße. Was schon. Was? Die Stapelfüße. Ach so. Nee. Dann kannst du doch schön um die Kurve. Das wird nix. Du wirst nix. Das wird nix. Das wird nix. Boah, hast du ein Glück. Was heißt denn hier Glück? Schöner Winkel. Also Monk ist begeistert. Nee, das habe ich gemessen. Und zwar vom allerfeinsten. So. Jetzt kriegt er noch ganz fix Strom. Und dann ist hier Tidde. Sag nicht, ich habe den Nächsten jetzt hier hinten. Außerhalb des Gebäudes. Ja, natürlich. Was ist denn hier los? Eigentlich habe ich das auf alle zwei Felder. Und der ist ja auch noch zu tief. Wird ja immer schlimmer. Kennst du eigentlich die Deckenhalterung schon für die Strom? Gibt es in der Mod, ne? Ja. 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 Ja, weißt du, irgendwann ist raus. Irgendwann, irgendwann kriegst du mich nicht mehr. Zack. Tatsächlich aber auch eine schöne Idee. So. Und dann läuft die Scheiße. So. Jetzt habe ich hier immer noch keine Wand. Na, immerhin hast du keine Stromspitze gehabt. Jetzt? Ja, wie schaut denn dein Stromnetz aus? Das würde mich auch noch interessieren, vor der Ausmacht. Es geht tatsächlich langsam Richtung Kotzgrenze. Da geht nicht mehr allzu viel. Weil der Schredder, der braucht schon ein bisschen Strom. Ja. Nichts, was mich fertig macht. Jetzt kannst du das Dach nicht mehr bauen, glaube ich. Warum nicht? Ja, weil es kommt dann auch hin. Ja, aber ganz knapp. Hab ich wieder einmal G messen. So. Da muss allerdings weg. Da muss das Ding hin. So. Zack. 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 Zack, zack, zack. Und dann sind wir ja doch endlich, zumindest mit dem hier, fertig. Der ist falsch, Rob. Ach, komm schon. Drehen? Ja. Nee, war richtig. So. Immer noch die Frage, warum gehe ich hier durch? Das macht immer noch keinen Sinn. Gehaltungsgebäude mit Wandhalterung. Schaut auch besser aus als durchs Gebäude. Findest du? Nicht genug Freiraum, sagt der mir jetzt. Ach, komm. Ja, weil der in der Wand sitzt. Das ist doch nicht wahr. Also wenn du mal nach links ums Gebäude läufst, da findest du Laufentrust, dann findest du bestimmt auch noch ein paar Baustellen. Ja, und wisst ihr was? Das lasse ich mir jetzt fürs nächste Mal. Ich bin hier gründlichst bedient gerade. Das macht mich gerade echt fertig. Du kannst da nichts mehr setzen. Natürlich kann ich da was setzen. Ja, und zusammenbreißen. So, jetzt läuft das da halt erstmal alles lang. Fertig, Ende, aus. Ist das Band jetzt von der anderen Zeit auch noch angeschlossen? Wo du es gerade abgerissen hast? Nee, siehst du, da roll ich hin. So. Zack. Das war aber vorher nicht so. Du baust alles gerade und jetzt hat hier so ein schiefes Band? Nee, hier war vorhin kein schiefes Band. Moment. Ja, kann das sein, dass du den Fuß auf den Splitter gesetzt hast? Ja, das kann sein. Oder irgendwie so. Moment. Ach komm. Anders, Rob. Passt natürlich nicht. Och, fick die Henne, ey. Noch eins. Nee. Doch. Scheiße. Ich hasse es, wenn du recht hast. Habe ich das mal erwähnt? Links. Aber das passt doch auch wieder nicht. Doch. So. So bleibt es jetzt erst mal. So. Alle werteste Lieblingszuschauer und Daniel. Ich danke euch recht herzlich fürs Zugucken. Ich werde das vielleicht jetzt öfter mal machen, dass ich das mit ein paar Leuten zusammen aufnehme. Soll aber nicht der Regelfall werden. Soll ein bisschen was Besonderes bleiben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen. Gerne in den Kommentar. Wir hatten ja vorhin, ob ein gut oder schlechter Kommentar ist mir relativ Wurst. Von der Sache her auch Daumen runter ist mir Wurst. Aber dann wenigstens sagen warum. Ich möchte es besser machen können. Und wenn man einfach nur einen Daumen runter gibt, dann kann man das nicht. Trotzdem freue ich mich, dass ihr wieder alle dabei wart. Bei diesem schiefen Miststück, das ich hier gebaut habe und das mir irre auf den Sack geht. Ja. Und wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Ich bin jetzt quasi eine Woche im Urlaub. Wenn ihr das hier seht, bin ich aber schon wieder da. Aber das ist ein anderes Thema. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdson. Und euer Einsatz. Fans. Mehr Fans. Tschüss. Tschüss. Und na gut, der letzte Richtig. Ah, da kam er doch noch. Die ganze Zeit war er mute. Jetzt hat er sich nochmal wieder angeschaltet. Vielen lieben Dank. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Daniel, Bartglatze und Kai. War spaßig. Dankeschön. . Untertitelung des ZDF, 2020